jetzt was bedeutet dieses jetzt guck mal bitte bei msn moment wieso habe ich nur so eine vorahnung ja ah 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 das fliegende taschentuch ah 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 ha ah 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 gut schlachtung ah Diese Lache ist einfach göttlich. Ja. Aber hallo. Mir geht's gut. Das jetzt war das Zeichen für die beiden den Mund zu halten, damit man nur deinen Lach hören kann. Verdammte Scheiße! Das ist unfair! Lass uns mal hoch! Das war's.